Guten Tag meine lieben Freunde, ich werde heute ein Let's Play machen von Minecraft und ich habe dafür erstmal den Status Friedlich gewählt und ich mache am besten die Musik und die Geräusche aus, das würde mich nämlich übertönen und ja, das ist auch ein bisschen nervig bei meinem Headset. Das ist nicht das beste Headset, aber ich bin dabei in ein neues zu investieren. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen einfach mal hiervon ein Let's Play, ich weiß noch nicht, was uns erwarten wird und ich habe schon mal ein bisschen angespielt, ich habe einfach nur mal ein paar Werkzeuge erstellt und so und ja, ich hatte eigentlich vor, auf dem flachen Land ein Gebäude zu errichten. Dass man hier die Bäume weg macht und so und einfach sich so hier eine Hütte baut. Damit werde ich auch gleich mal beginnen. Ich werde einfach mal ein paar Bäume wegschroten und ja. So. Hoppala. Ähm, ja. Ach, das ist immer so ewig dauert. Nervige Sache. Naja, oh, kaputt. Komm, nehmen wir mal eine neue hier. Ich habe gleich ein paar neue gemacht. Na, weil die gehen ja immer ziemlich schnell kaputt, die Holzechste und so, also die aus Holz. Das Blöde finde ich, denn wenn man einen Baum fällt, dann müsste ja eigentlich dieses Blätterzeug da oben auch mitfallen. Aber leider muss man das doch extra mit wegmachen. Und ja, das ist wirklich ziemlich nervig. Aber naja, was will man machen? Ach, ja. Übrigens, das ist heute wahrscheinlich so ziemlich mein erstes Let's Play. Denn ich habe mir gedacht, komm, was machst du denn gerne? Dann habe ich mir so gedacht, ja, äh, wieso machst du keine Let's Plays? Das wäre doch mal ein toller Anfang, weil ich bin, äh, Gronkh und Sarazza-Fan. Ein großer Fan. Und dann habe ich mir so gedacht, vor ein paar Tagen wäre doch eigentlich ganz cool, wenn du auch sowas machst. Und deswegen probiere es jetzt einfach mal. Einfach mal irgendwelche Games zocken und dabei irgendeine Scheiße labern. Irgendeinen Mist, den kein interessiert. Ja, eigentlich eine spannende Sache. Da fällt mir ein, was mögt ihr denn eigentlich für einen Kuchen? Das interessiert mich ja immer so. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Also, schreibt doch mal euren Lieblingskuchen in die Kommentare. Das würde mich mal sehr interessieren. So, boah, ja, auch noch ein großer Baum. Also, nochmal aufs Kuchen-Thema zurückzukommen. Mein Lieblingskuchen ist, ähm, mal überlegen, da gibt es ja so viele. Äh, Apfelkuchen oder Frankfurter Kranz. Manche kennen das, manche vielleicht nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Ähm, wo hatte ich denn jetzt, äh, hallo? Ach so, ja. Ach, hier! Ja, wo will man die Hütte denn bauen? Hier so oder eher da so? Hm, tja, hier sind mir ein bisschen zu viele Baum, Baumkronen, Baum, naja. Wie das eben so ist. Ach ja, ach komm. Hm. Ja, das ist ja... Ach so, übrigens, ich werde natürlich im späteren Verlauf noch diesen Grad hier auf einfach, normal oder schwer stellen. Je nachdem. Aber jetzt hier beim Bäumehacken und so, da hätte ich jetzt eigentlich nicht so besondere Lust für eine Spinne, einen Creeper oder sonstigen angegriffen zu werden. Ähm, ja, das wäre nämlich nicht so krass. Finde ich so, ne? Also, ihr könnt gerne, äh, sagen, welchen Grad ich machen soll, welcher geeignet wäre. Also, nicht das, also auf schwer, naja, wie ihr das wollt, ne? Ich werde es dann natürlich tun und versuchen, nicht abzunippeln. So. Ähm, ja, hier noch. Oh, immer diese... Äh, diese Setzlinge hier, ne? Nervig. Nervig, nervig. So. Ja, das sieht auch schon ganz schnieke aus. Hm. Ach komm, bauen wir ja die Hütte. Oh, einfach hier so. Hier ist doch eigentlich genug Platz. Naja, das werde ich ja später noch ausbauen. Deswegen, das hier wird nicht mein erstes Minecraft-Let's Play. Ich werde natürlich noch viele weitere machen. Je nachdem, wie ihr das wollt. Und ihr könnt mir natürlich auch Vorschläge schicken, was ich noch so machen könnte. Ne? Also, das ist noch alles offen. So, machen wir hier mal so, da. So. Ähm. Ich hab mir grad so überlegt, dass ich dann, nachdem ich diese Hütte gebaut habe, ähm, hallo? Ach ja. Dann werde ich wahrscheinlich vielleicht doch den Ton anmachen, weil es wäre ja blöd, wenn ich ohne Ton spiele und den Schwierigkeitsgrad auf was weiß ich habe, normal. Und dann eine Kreatur kommt und uns angreift. Und ich das dann nicht höre. Das wäre ja ein bisschen nicht so toll. Ja. Mensch, wie groß kann man... Oh. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Okay. Machen wir einfach mal hier weiter. Was soll jetzt, wa? Wie interessiert das schon, ne? Keine Sau, ey. Boah, ich... Ich rutsche gerade immer ab, wenn ich die Maus klicke, weil es hier gerade arschkalt ist. In meinem Raum, Wohnung, Zimmer, was auch immer. Boah. Ach, krass. Boah, ich wette, meine Füße sind schon blau angelaufen, ey. Sowas kann ich gar nicht haben. Ach, Mensch. Ah ja, ich befürchte, dass das heute auch nicht so eine allzu lange Folge wird. Ja, weil ich heute noch etwas anderes tun muss, leider. Und ja, das ist sehr wichtig. Ähm, und ja. Deswegen wurde das wahrscheinlich nur eine kurze Folge. Wir werden dann wahrscheinlich das Haus oder Wohnung oder so im nächsten Let's Play weiterbauen. vermute ich mal ganz stark. Ja, wie gesagt, erst mal. Ähm, ihr könnt mir natürlich Anregungen schicken. Oh, schwieriges Wort. Ähm, was ich noch bauen soll oder machen soll. Was ihr dafür für gute Ideen habt. Boah, ich zittere schon richtig, schon richtig. Ich kann schon gar nicht mehr richtig sprechen hier. Mann, Mann, Mann. Ähm, die Heizung ist zwar an, aber braucht immer 30 Jahre. Naja, anderes Thema. Aber naja, wie gesagt, darüber würde ich mich freuen. Ne? Man sagt ja, Let's Play, hoppala. Mit jedem Let's Play wird man besser. Das hoffe ich so. Ich bin ja noch ein kleiner Anfänger, ne? Also, äh, ja. Naja, das, ja. Auch nicht so wichtig, ne? Tja, da fällt mir noch so ein eben für ein kleines Smalltalk. Äh, manche sagen ja, also es gibt ja immer so, ähm, Vorurteile, dass Jungs eher mehr zocken als Mädchen. Weil, naja, das Klischee besteht Mädchen, Mädchen, ne? Mädchen sind eben Mädchen. Und ja, Mädchen machen nur so Pussen-Kram oder so. Aber, das stimmt gar nicht. Ich spiele auch, äh, verschiedene Games. Viele verschiedene Games. Also, ich mag eigentlich fast jede Art von Game. Horror, wie Slender, oder, ähm, auch Slender, The Real Game Haunt. oder, was weiß ich, so Action wie Tom Braider oder so, mit so Rollenspielen. Oder ich spiele auch Skyrim, äh, Assassin's Creed. Boah, COD. Was gibt's noch, ja. Oder was hab ich da noch? Ähm, ach ja, genau, die Sims hab ich mir mal irgendwann angelegt, weil Gronkh davon auch Let's Plays gemacht hatte. Mach ich vielleicht auch, hab ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Überleg ich mir noch. Weil ich hab zwar, also, keine lange Weile, dass ich jetzt Let's Plays so mache oder so. Ich finde es schon eigentlich eher sehr sinnvoll, Let's Plays zu machen. Ähm, aber, wie gesagt, man hat ja auch immer andere Sachen zu tun, ne. Deswegen weiß ich nicht, wie oft ich dazu komme, aber ich denke, Tag für Tag werden sich die Videos häufen. Nur mal so Informationen. Ich labere und labere hier und denke hier gar nicht nach, was ich hier mache. Mensch, das fällt mir grad so auf. So, was hab ich denn? Ach komm, den lassen wir mal stehen. Den mach ich jetzt nicht extra hier weg. Aber das hier, diese Baumbüschel. Boah, ich hasse es irgendwie, wenn es hier nachts ist. Das kann ich gar nicht haben, ey. Ach ja, wie schön. Ach Mensch, diese Baumkronen hier, ey. Oh, hoppala. Ach Mensch. So. Huch. Schluck auf. Oh. Oh, wo ist denn das? Ach da. Hm. So, hoppala. So, ich muss mal eben auf die Uhr schauen. Oh ja. Toll, wie komme ich jetzt wieder hoch? Ach, so ein Kack. Scheiße. Oh, Entschuldigung. Das war ein Fachausdruck. Das sollte man ja eigentlich nicht machen, ne? Naja, so manchmal, ne? So, ich stelle mich mal einfach hier rein und würde mal sagen, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Und wie gesagt, schreibt eure Anregungen in die Kommentare oder auf meinen Kanal. Crazy Ditos. Hm? Das wäre echt voll nett. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.